Erich, wo bist du? Hier. Was magst du? Ausmisten. Warum? Wir sind Tischler. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Und jetzt? Da ist es verdammt warme Rinnen. Erich, schwitzt du? Ja, das erste Mal. Was magst du genau? Erklär das den Menschen. Achso. Hier wohnen die Hannelore und der Bärbel. Die Bärbel, Erich. Entschuldigung. Und ja, der Manuel ist ja nicht belastbar. Überhaupt, wenn es so heiß ist, wie hier herinnen. Und dann würde er gleich in Ohnmacht fahren. Und ich habe euch gesagt, ja, zusammenräumen darf ich ja nicht. Und jetzt helfe ich ihm halt ein bisschen hier ausmisten. Na, zeig, wie du das magst. Na ja, unten ist Dichtbeton. Da wird eingefasst. Das wird dann auf unsere Steuerobstwiese gebracht. Das ist ein reines Bio-Stroh. Mir wäre das Handy fast runtergefallen, Erich. Schon wieder. Zum Glück habe ich es noch erhalten. Ja. Da halten. Da halten habe ich es. Ja, ein reines Bio-Stroh mit reinem Bio-Dünger. Und das kommt jetzt auf unsere Streuobstwiese und damit die Äpfel und die Birnen und die Maulbeeren und die Kirschen schön wachsen. Hat das Obst dann einen Geruch? Nein. Okay. Kippen wir das auf den Hänger rauf oder gibst du noch was rauf? Na, da kommt noch was rauf. Na, dann tu schnell. Nicht nur sprechen. Na ja, puha. Schneller, Erich. Willst du Geld oder willst du kein Geld? Was? Willst du Geld oder... Hey, Geld. Ich muss 70 Euro zahlen. Nein, das ist übertrieben. 30 Euro pro Scheibtruhe, Erich. Wie viel? 30 Euro für Kunstdünger. Für natürlichen Kunstdünger. Das ist Biokunst. Das ist ja dann kein Kunst, das ist ja dann echter Dünger. Das ist ein Urzeiten-Ursprungsdünger. Okay, 35 Euro, die Truhe. 85. 35. 90. Okay, dann zahlst du 90 Euro pro Truhe. Ich glaube, ich habe schon 40 Truhen rausgebracht. Das verkaufe ich ja nächstes Jahr, das ist Obst. Ach so. Als Urzeiten-Ursprungsdünger. Es ist schon genug, Erich. Fahr hier raus. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt nicht. Soll ich weiterfahren? Ja, fahr du weiter. Erich, ich will nimmst du die Kamera. Okay, ich verfolgen. Wir haben noch keine Begrüßung gemacht. Ach so. Du musst aufpassen. Warte, Erich. Ich glaube, wir müssen heute duschen. Obwohl, das ist gar nicht Samstag. Ich dusche sicher nicht. Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Dass ihr wieder dabei seid. Bei da dort Kuhstall. Im Ziegenstall und Schafstall. Da dort... Kuhstall, ja. Da haben wir das jetzt auch. Machen wir nicht mehr Tischelstube. Oh ja, aber wir haben jetzt keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit zum Tischeln. Schön, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch, wie man richtig mit einer Scheibruhe fährt. Der Erich kann das nicht. Der Erich fährt so mit der Scheibruhe. Das geht nicht, habe ich ihm gesagt. Du siehst ja nicht, wo du hinfährst. So fährt man, Erich. Okay. Ich verfolge dich. Ich fühle mich verfolgt, Erich. Wichtig ist es, beim Rauffahren auf den Anhänger ein dünnes Brett zu nehmen. Dicke Bretter haben nur dicke Leute. Achso, und mit vielen Ästen drin. Das ist ganz wichtig. Genau. Und wenn jemand vorbeifährt mit den Raten, kann er genau erkennen, dass ich eigentlich recht schlank bin, weil ich mit diesem dünnen Brett herauffahre. Zwillingshäste. So, jetzt. Und jetzt, dieser Haltegriff hier ist extra für das da, glaube ich. Jetzt nehme ich die Scheibruhe, mache es so. Und so, was sagst du, Erich? Super, aber jetzt kannst du dich verabschieden, glaube ich. Nein, wir zeigen noch, wie wir das am Feld ausstreuen. Achso. Aha. Oh ja, können wir machen. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, ein bisschen schneller, Jim. So, wir streuen hier den Mist aus, dass vielleicht irgendwann in 100 Jahren hier schöne Obstbäume stehen. Das ist hier ein Maulbeerbaum. Und das hier, uah, das dürfte ein Apfel sein. Manuel, habe ich noch diese aus Schützen gesehen. Ja, das geht schon. So, wir müssen uns verabschieden, Manuel. Wir verabschieden, wir haben keine Zeit. Erich, tschüss. Wenn euch das gefallen hat, drück den Daumen auf, gefällt mir. Wir müssen weiter machen. Boah.